Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du im Supply Chain College vorbeischaust. Im heutigen Video-Podcast sprechen wir über Anzeichen, ob euer Planungsprozess, nennen wir es mal euren Sales & Operations Planning oder Integrated Business Planning Prozess, verbesserungswürdig ist. Und ich muss dazu sagen, es ist nicht ungesehen oder unnormal, dass man ab einer gewissen Zeit immer mal wieder nachjustieren sollte. Und ich gebe euch mal ein paar simple High-Level-Beispiele an die Hand, woran ihr erkennen könnt, ob ihr vielleicht mal nachbessern solltet. Und ganz am Schluss sage ich auch noch mal ein paar Tipps, wie ihr vielleicht den Prozess wiederbeleben könnt. Dann steigen wir doch direkt ein, denn dieses Video will ich heute besonders kurz halten nach den ganzen langen Interviews, die wir die letzten Wochen veröffentlicht hatten. Also zum einen fangen wir mit dem Kennzahlenmanagement an. Denn oftmals in den monatlichen Management-Planungsprozess-Meetings, S&OP-Meetings schaut man sich auch mal ein paar Minuten lang die Kennzahlen an über die Themen, wie entwickelt sich die Plangenauigkeit, also Forecast Security zum Beispiel, der Bias, die Service-Kennzahlen, die Bestandskennzahlen und so weiter. Und auch vielleicht Umsatzzahlen, Margen und Portfoliodurchschlag. Und was dort wichtig ist, wenn ihr dort über einen ganz langen Zeitraum keine Verbesserungen mehr feststellt oder eben auch merkt, dass eure Teams, egal ob die jetzt auf Supply Chain-Seite sind oder kommerzieller Seite, dass man Probleme hat, die Daten zu interpretieren, dass permanent Datenfehler vorliegen. Dann ist es ein Zeichen, dass ihr dort mal reingehen solltet und vielleicht auch über den ganzen Aufwand, den ihr in diesem Management-Prozess steckt, keinen großen Mehrwert mehr für Unternehmen stiftet. Dann der nächste Punkt, auch schon alles gesehen, die Folien, wenn ihr noch mit Folien arbeitet, einen meiner alten Arbeitgeber, haben wir auch mit Memos gearbeitet, wie es Amazon zum Beispiel macht. Dann haben wir dann fünf, sechsseitige Memos geschrieben, wo man auch ein paar Tabellen oder so mal einkopieren konnte zum Erklären von irgendwelchen Zahlen oder so. Aber in der Regel arbeiten viele Unternehmen immer noch mit Präsentationen, PowerPoint-Folien, wie auch immer, was auch immer für Programme verwendet. Und was man dort merkt, je umfangreicher das Slide-Deck wird, je mehr Folien ihr habt, desto mehr ist es eigentlich ein Zeichen, dass der Prozess nicht effizient und effektiv gesteuert wird. Auch allein die Vorbereitung in den Supply Chain-Teams ist extrem, oftmals mit den ganzen Folien. Teilweise haben schon die Planerinnen und Planer, die Planungsverantwortlichen einen Horror, in den Wochen vor dem SNOP-Meeting wieder alles vorzubereiten. Und eben nach dem Meeting ist vor dem Meeting. Das heißt, kaum ist man durchs Meeting durch, ist man eigentlich schon wieder am Vorbereiten fürs nächste Meeting, weil ich halt einfach irgendwie 50, 60 Seiten oder so habe, die ich vorstellen möchte. Und da müsst ihr euch auch mal vorstellen, die Teilnehmer, die eben, also oftmals, vielleicht muss ich da kurz das bremsen, oftmals bereiten die Supply Chain-Mitarbeiter die SNOP-Meetings vor. Aber das ist eben kein Supply Chain-Meeting. Und je mehr er dort die, vor allem auch Sales, Marketing, Finance oder auch gewisse Entscheidungsträger, wie vielleicht auch Geschäftsführer, Managing Director oder Divisionsleiter etc. in diesen Meetings, wenn er die bombardiert mit Haufen Detailfolien, kann ich euch eigentlich schon vorab sagen, bevor ich überhaupt gelesen habe, was auf den Folien steht, dass er die verlieren werdet und langweilen werdet. Nach ein paar Folien hört heute schon gar keiner mehr zu. Und das Thema ist auch, je mehr Folien ihr vorbereitet, da kommen wir gleich ein bisschen zu den anderen Punkten, ist eigentlich auch das Thema, dass eben nicht nur der ganze Aufwand und dass er die Teilnehmer, Meeting-Teilnehmer zum Beispiel langweilt, sondern dann macht ihr mehr ein Review-Meeting als ein Entscheidungsmeeting. Das ist ein Anzeichen. Also ihr trefft wenig Entscheidungen oder gar keine. Das nächste Thema ist, weil ihr die Leute langweilt, über die Monate hinweg nehmen immer weniger, die Leute immer weniger konsistent teil. Wichtige Entscheidungsträger sagen ganz ab. Dann ist das immer ein Problem. Ja, weil dann könnt ihr gar keine Entscheidungen treffen, sondern habt ihr irgendwie ein Abschmuss-Meeting, müsst wieder zur nächsten Instanz gehen. Das ist eigentlich nicht wirklich vorgesehen bei diesen Management-S&OP-Meetings. Das nächste Thema ist, je mehr Folien ihr hinzufügt, desto mehr habe ich gesehen in der Vergangenheit, in meiner eigenen Praxis. Dann vermischt ihr das sogenannte Sales & Operations Planning mit S&OE, also Sales & Operations Execution, oder sehr einfach gesagt jetzt in Nichtfachsprache. Ihr macht dann eigentlich ein zu operatives Meeting draus. Das heißt, ihr befindet euch permanent im Kurzfristhorizont, so was passiert in den nächsten Wochen. Oder im Worst Case, ihr schaut vor lauter Kennzahlen und lauter Folien nur in die Vergangenheit und vergesst eigentlich, dass das Meeting eher die Zukunft verändern sollte und ihr zukunftsrechtliche Entscheidungen treffen solltet. Denn die Vergangenheit könnte nicht mehr enden. Ihr könnt nur noch versuchen, daraus zu lernen. Dann ein anderes Thema, über das ich auch auf dem Kanal hier schon oft gesprochen habe, ist, dass eure Finanzabteilung mit eurem CFO einen ganz eigenen Prozess hat und ihr eigentlich gar nicht die Supply Chain Planung hochrechnet in die Finanzplanung und dann in dem Fall auch eigentlich zwei Pläne im Unternehmen habt. Einmal die Supply Chain Planung, die den Einkauf, die Herstellung, die Logistik ansteuert und ihr habt dann die finanziellen Pläne oder die Finanzplanung, sage ich jetzt mal, ich bleibe sehr einfach heute in dem Video, ihr habt die Finanzplanung, die dann mehr oder weniger so ein bisschen auch die Cashflow Planung, die Umsatzplanung, die Profitabilitätsplanung und so weiter triggert und bestenfalls baut es aufeinander auf. Aber da habe ich auch schon mehrere Beiträge zu genannt. Aber das ist für mich auch ein Zeichen, dass da etwas nicht passt. Ihr solltet auch eben gucken, dass euer Controlling, Finance, wie auch immer das in euren Unternehmen genannt wird, an diesen Meetings bestenfalls teilnehmt und langfristig, dass ihr vielleicht sogar, wenn ihr eine Geschäftsleitungssitzung oder so habt, dass ihr die Meetings eben integriert, dass ihr Finanz- und Supply Chain Planung in einer Session vor der Geschäftsleitung, Divisionsleitung, wie auch immer, vortragt. Nochmal vielleicht ein Thema zu dem ganzen Wildwuchs an Folien. Auch wenn ihr zig Excel-Tabellen und so weiter habt, um irgendwelche Trackings durchzuführen oder Dinge nachzuhalten, auch das ist oftmals ein Zeichen, dass ihr vielleicht ein bisschen mehr automatisieren solltet, nicht die richtigen Tools implementiert habt, um Prozesse mehr und mehr zu automatisieren. Anderes Thema habe ich auch bei der Absatzplanung hier auf dem Podcast oder Video schon öfters darüber gesprochen, Das Thema Unconstrained Demand, da gibt es eigentlich für mich jetzt gar keinen richtig schönen deutschen Ausdruck für. Also ein bisschen, wie erkläre ich das? Da hatte ich auch gerade mit meinem eigenen Team wieder eine Diskussion in der Firma darüber. Ich möchte, dass die Absatzplanung permanent geändert werden kann, auch innerhalb von Wiederbeschaffungszeiten etc. Weil das sollte uns zeigen, im Unternehmen, in der Finanz- wie auch Supply Chain Planung, was ist denn der Markt, der echte Marktbedarf ohne Einschränkungen, ohne Kapazitätsprobleme, ohne Lieferprobleme und so weiter. Und ich möchte permanent diesen Unconstrained Demand sehen. Und der sollte auch in den S&OP-Meetings angeschaut werden, obwohl das auch heißen wird. Das sind dann eben Entscheidungen, dass man manche Bedarfe nicht befriedigen wird oder befriedigen kann, möchte, wie auch immer. Weil man das nicht investieren möchte, weil man die Schichten nicht aufbauen will, weil man die Bestände nicht halten kann oder will und, und, und. Das sind alles solche Entscheidungen, die man in dem Meeting trifft. Aber das sollte in dem Meeting getroffen werden und nicht vorab schon auf irgendwelchen unteren Ebenen und dann eben vielleicht auf Fehlernamen getroffen werden. Und viele Teams straucheln eben dieses Thema Unconstrained Demand zu verstehen. Was ich auch schon oft in der Praxis erlebt habe, nehmen wir mal Bestände neben Unconstrained Demand. Weil ich sage eigentlich, Demand und Supply, das ist das, was man managt. Da trifft man Entscheidungen. Und der Bestand ist eigentlich das Resultat. Außer ich bin jetzt in finanziellen Schwierigkeiten als Unternehmen. Aber in der Regel sollte der Bestand das Resultat sein, auch abgeleitet von der Strategie, die man hat. Und da habe ich ja auch schon oft darüber gesprochen, Service, Kosten, Kapital, wie man die Company oder die Unternehmensstrategie mit der Supply Chain Strategie verheiraten sollte oder kann. Auch das ist für mich ein Zeichen eben, dass ihr Entscheidungen trefft, um Kennzahlen zu optimieren, anstatt Entscheidungen trefft und die immer wieder abgleicht mit eurer Unternehmens- und Lieferkettenstrategie. Anderes Thema ist auch, dass eure Planungsprozesse nicht rundlaufen ist, wenn ihr Themen wie Portfolio-Management oder Segmentierungen außen vorlasst. Das heißt, im Worst Case habt ihr eine andere Kunden- oder Artikel-Segmentierung. Also ich mache jetzt mal nach Wichtigkeit A, B, C. Mehr möchte ich dazu nicht sagen jetzt. Habt ihr kommerziell in euren Sales-Prozessen, CRM-Prozessen, habt ihr eine andere Segmentierung, als ihr es eigentlich im SNOP verwendet. Das ist eigentlich nicht gut. Ihr solltet die gleichen Prioritäten setzen und dann auch die strategisch wichtigeren Kunden auch vielleicht mal intensiver anschauen, als die unwichtigeren Kunden oder Produkte. Ihr macht kein Neuprodukte-Tracking. Ihr haltet nicht nach, wie der Portfolio-Durchlag stattfindet. Und auch ein ganz wichtiger Prozess ist, in einem SNOP-Meeting müsst ihr vielleicht auch mal ein Szenario vorstellen. Wenn ihr gar keine Szenarien anschaut, Option A, B, C, oder überhaupt Probleme habt, wenn mal jemand im Urlaub ist, krank ist, die Szenarien überhaupt richtig zu verstehen und vorzutragen, durchzuführen die Analyse, ist das ein Problem. Vermischung kurzfrist-langfrist, habe ich euch schon gesagt. Also achtet eher auf den taktischen bis langfristigen Horizont. Wartet nicht immer auf diese monatlichen Management-Meetings, sondern guckt, dass ihr auch wöchentliche zum Beispiel oder regelmäßige auf operativere Ebene Entscheidungsmeetings habt, dann für den kürzeren, operativeren Horizont. Ja, und der letzte Punkt, der mir immer wieder auffällt, und der ist extrem schwierig, da erwische ich uns auch immer wieder, egal wo ich gearbeitet habe, dass das passiert. Und das ist, wie gesagt, nicht einfach. Aber wenn die Supply Chain einen zu hohen Redeanteil in diesen Meetings hat, dann ist es auch ein schlechtes Zeichen. Wenn irgendwie 80, 90 Prozent vom Meeting die Supply Chain nur vorträgt und redet, ist es nicht gut. Ihr müsst Fragen stellen in der Supply Chain. Ihr müsst Sales, Marketing, Finance sprechen lassen. Bestenfalls bringt jedes Team eigenen Input, mit denen sie auch selber vorstellen. Also die Supply Chain sollte jetzt kein, auf Englisch jetzt so Second-Guessing machen, warum der Verkauf gut oder schlecht war und was der Impact auf die Zukunft sein sollte, sondern das sollte vielleicht bestenfalls auch euer Sales-Verantwortlicher, eure Sales-Leiterin, wie auch immer, vorstellen. Die Supply Chain sollte jetzt nicht immer erklären, warum jetzt das Neuprodukt schlecht oder gut läuft. Das sollte vielleicht eure Marketingleiterin oder euer Marketingleiter und Verantwortlicher erklären usw. Also ich hoffe, ihr versteht, auf was ich hinaus möchte. Nichtsdestotrotz, Sales & Operations Planning, IBP, ist immer ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Also ihr müsst eigentlich, und das leitet jetzt so ein bisschen zum zweiten und letzten Teil über, was macht ihr, wenn ihr feststellt oder der Meinung seid, dass euer Prozess ja eigentlich eingestaubt ist mittlerweile und mal wieder eine Verjüngungskurve vielleicht, einen kleinen Kickstart gebrauchen könnte. Manchmal hilft es, wenn auch mal irgendwie eine wichtigere Entscheidungsträgerin, wichtige Entscheidungsträger wechselt. Wir hatten das jetzt auch bei mir auf Arbeit. In einem großen Land ist die Geschäftsführung getauscht worden, da kam eine neue Geschäftsführerin rein und die hat von ihrem alten Unternehmen S&OP viel, viel stärker auf der Agenda. Automatisch werden bessere Fragen gestellt usw. Aber da könnt ihr nicht immer drauf warten. Und daher, was ich empfehlen kann, haben wir auch letztens nochmal gemacht. Das lohnt sich eigentlich alle ein, zwei Jahre mal zu wiederholen, gerade auch in etablierten Teams und Unternehmen. Macht solche Audits oder Maturity Assessments, Self-Assessments, dann prüft es vielleicht mit dem, wenn ihr ein größerer Unternehmen seid, auch mit einem zentralen Team. Notfalls holt ihr euch auch mal eine Unternehmensberatung, die mal abklopft. Wo steht ihr gerade? Wo habt ihr Stärken, Schwächen? Und dann könnt ihr immer noch entscheiden, an welcher Schraube wollt ihr ein bisschen drehen, um eben da auch wieder abgestimmt auf eure Unternehmensstrategie in die richtige Richtung zu gehen. Dann, was ich spannend finde, und da muss ich mir auch an die eigene Nase fassen, wenn man so viele Jahre, wie in meinem Fall schon über 25 Jahre jetzt im Supply Chain-Umfeld arbeitet und immer irgendwie mit S&OP und wie auch immer es genannt wird und wurde, zu tun hat, schadet es nichts, auch mal nach zwei, drei, vier, fünf Jahren, wenn einem Unternehmen eigentlich der Prozess ganz gut gelaufen ist, nochmal die Vision, nochmal klarzustellen. So, warum machen wir eigentlich S&OP? Was wollen wir damit erreichen? Vielleicht müsst ihr die auch nochmal umschreiben, weil ihr jetzt einen neuen Reifegrad erreicht habt und den nächsten Schritt machen wollt oder solltet. Dann macht es sicherlich Sinn, nochmal mit so einem Vision-Mission-Statement, wie auch immer, anzufangen und dann gucken, passen denn eigentlich die Prozessabläufe, die Kennzahlen, die ihr trackt, die Entscheidungsträger, die teilnehmen oder eben nicht teilnehmen, passt es denn überhaupt dazu und wie weit weicht ihr davon ab? Wollt ihr eine abgestimmte Finanz- und Supply Chain-Planung haben oder seid ihr noch zu Junior und müsst vielleicht erstmal lieber eine saubere Runde Supply Chain-Planung hinkriegen und später schauen, wie ihr das unter einen Hut bringt und so weiter. Das heißt, je nachdem, wo ihr steht, könnt ihr Video über die Assessments, hatte ich gerade gesagt, rausfinden. Wenn euch das interessiert, kommentiert doch mal ein Video, schreibt mir eine E-Mail etc. Dann kann ich da meinen eigenen Podcast so machen, weil ich ganz viele verschiedene Assessments mit verschiedenen Beratungen oder mit den eigenen Teams schon entwickeln durfte. Da kann ich vielleicht auch meinen eigenen Beitrag zu rausgeben. Ja, und was einfach ganz wichtig ist, im Sinne auch des kontinuierlichen Verbesserungsprozesses, auch über SNOP, der Prozess muss sich weiterentwickeln. Vielleicht habt ihr irgendeine wichtige Unternehmenseinheit abgestoßen. Ihr habt irgendwas dazu gekauft. Ihr verfolgt eine ganz andere Strategie, weil vielleicht auch der Vorstand mal ausgetauscht wurde oder weil es auch mal finanzielle Probleme gab oder weil es gewisse Erfolge gab, was auch immer. Das ist gute wie schlechte Impulse, will ich damit nur sagen. Und dann müsst ihr eben auch euren Prozess entsprechend anpassen und nicht einfach Jahr für Jahr denselben Stiefel durchspielen. Macht es natürlich auch interessanter, weil irgendwann nichts ist langweiliger als die Routine und die Veränderung macht einen ja eigentlich auch stetig besser und lässt dann immer mal wieder neue Energie geben. Man holt sich mal neue Impulse rein mit Beratungen oder mit Sachen, die man sich selber anliest, mit neuen Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht zum Unternehmen kommen. Man selber wechselt mal das Unternehmen, kann mal zurückschauen dann in die alten Stationen, die man gemacht hatte. Was lief dort gut oder schlecht? Was könnte hier für diese Branche, für dieses Unternehmen, in dem ich jetzt arbeite, vielleicht passen? Und so weiter und so fort. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, das hat euch ein paar Impulse zum Nachdenken mitgegeben. Wenn ihr an euren Arbeitsplatz zurückkommt, was ihr vielleicht mal anschauen solltet, ob euer SNOP oder euer Planungsprozess generell ja, verbesserungswürdig ist, eingeschlafen ist, eingestaubt ist, wie immer. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, lasst ein Like da, teilt das Video, teilt die Podcasts. Es würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.